Was ist die Erprobungsräume? Erprobungsräume sind eigentlich Teil des Umbauprozesses unserer Landeskirche. Wir wollen Kirche neu denken, neu erleben, anders gestalten. Man muss natürlich sagen, Kirche hat sich immer verändert. Insofern ist nichts Neues. Aber wir gucken mal, geht so etwas wie eine Online-Kirche beispielsweise? Kann man im Internet eigentlich auch Kirche sein oder muss es immer mit dem Pfarrer sein und in der Dorfkirche? Da kommen Leute zusammen. Kann es auch ganz anders aussehen? Church goes pub zum Beispiel. Geht so etwas. Kirche im Pub oder Kirche in der Schule. Andere kirchliche Orte. Das wäre eine Idee für Erprobungsrolle. Und das wollen wir bewusst fördern als EKM. Wir freuen uns sehr, dass da viele mitmachen im ersten Anlauf. 34 Bewerbungen haben wir gehabt. Und wir haben jetzt schon mal ein bisschen gesiebt. Aber wir denken, das sind sehr spannende Projekte dabei. Weil natürlich ist es so, dass Gottesdienste auch in herkömmlicher Form wichtig sind. Und dort immer noch Leute hingehen und das auch so bleiben wird. Es geht eher um Ergänzung als um Ersetzung. Wir wünschen uns, dass die Kirche einfach viel gestaltiger wird. Und nicht eine Monokultur pflegt. Und nicht eine Monokultur pflegt.